Ja, ich bin heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit den drei Punkten. Wir waren natürlich schon ein bisschen unter Druck vor dem Spiel, weil Freiburg ein extremer Konkurrent ist. Sehr erfolgreich Fußball spielen, auch verdient in der Liga, oben mitmischen. Von dem her war man gefordert und die Jungs haben das sehr gut umgesetzt. Von der ersten bis zur 90. Minute finde ich sehr konzentriert, fokussiert, verteidigt. Wirklich auch schön Fußball gespielt mit vielen Tor-Raumsituationen, aber auch guten Torabschlüssen. Ja, und so Union Berlin, das ist im Prinzip die gleichen Worte, die ich gerade über Freiburg gewählt habe, dass sie verdient ganz oben mitmischen, weil sie extrem gute Abläufe haben. Und vor allem Donnerstag, Sonntag in dem Rhythmus immer voll da sind, körperlich, mental, hauen sie einfach in alles rein und geben alles für den Sieg. Und dann ist es oft so, dass das Leben dich dafür belohnt. Und sie sind verdientermaßen ganz oben dabei am Ende. Julian hat es gesagt, Union Berlin ist extrem schwer zu bespielen. Hat vielleicht oder hat ziemlich sicher die beste defensive Organisation in der Bundesliga und die Mentalität und die Spieler. Sie bekommen kaum Tore. Wenn sie eins machen, haben sie fast schon gewonnen. Vielleicht außer gegen Bayern, aber gegen viele andere Mannschaften, wenn sie in Führung sind. Ist eine absolute Top-Mannschaft. Das muss man sagen. Man kann nur alle Hüte ziehen vor dem, was da geleistet wird.